Ich lerne Deutsch. Nummer 11095 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Olena arbeitet im Callcenter einer Bank. Sie berät Kunden im ganzen Land bei Kapitalanlagen. Olena arbeitet im Callcenter einer Bank. Sie berät Kunden im ganzen Land bei Kapitalanlagen. Olena arbeitet im Callcenter einer Bank. Sie berät Kunden im ganzen Land bei Kapitalanlagen. Es hat an der Tür geklingelt. Ich schaue durch den Türspion. Es hat an der Tür geklingelt. Ich schaue durch den Türspion. Optimisten sind im Allgemeinen gesünder und glücklicher als Pessimisten. Optimisten sind im Allgemeinen gesünder und glücklicher als Pessimisten. Wir sind mit unseren beiden Kindern in ein kleines Dorf in Bayern gezogen. Wir sind mit unseren beiden Kindern in ein kleines Dorf in Bayern gezogen. Der Kompass ist ein nützliches Symbol zur Richtungsanzeige bei der Navigation. Der Kompass ist ein nützliches Symbol zur Richtungsanzeige bei der Navigation. Die Suche nach einer gerechten Lösung erscheint mir immer aussichtsloser. Die Suche nach einer gerechten Lösung erscheint mir immer aussichtsloser. Dieses Kleid ist auch in grün erhältlich. Dieses Kleid ist auch in grün erhältlich. Dieses Kleid ist auch in grün erhältlich. Welche Farbe passt am besten zu mir? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist auch in grün erhältlich. Das ist auch in grün erhältlich. Ich bekomme ein wenig. onyen